I'm on the outside Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bad Wars mit mir, dem Torben Und mit dabei ist heute nicht nur der Tobi, wie ihr hier seht Sondern auch seit Ewigkeiten mal wieder der Flori, den ich nicht finde Aber er ist da, hallo Flori Hi Hi Dem will aber auch keiner Ja doch, ich Lass schnell in die Mitte Halt dich für eine dumme Idee Warum baust du denn nicht, Torben? Was ist denn mit dir los? Ich habe mir einen Spitzack aus Versehen gekauft Was hast du dir gekauft? Aus Versehen einen Spitzack und ich hatte nur 6 Punkte Da hielte ich es nicht mehr für nötig, mich in die Mitte zu bauen Wie viele Blöcke hast du, Tobi? Bau dir schon mal einen hoch, dass wir schön gut hochgehen Alter, kannst du dich nicht in die Mitte bauen, oder was? Was bist du denn für ein Kack genug? Wir bauen uns nicht mehr hoch, Flo Hey, aber hier auf der Map ist das so lustig Mach jetzt Aber wir bauen uns nie hoch Langweilig Flo, beeil dich, beeil dich, ganz schnell Ich bin da, ja okay, ich jump durch Mach ich, ich bin da Eins Zwei Ich habe auch Reiz Ja, bis dann Bis dann Bis dann Tobi, ich gebe dir das und dann renne ich direkt wieder zurück Weil ich habe ein Schwert und damit bin ich schon mal im Vorteil Ja, mach ihn, hinter dir kommt danach, hinter dir Schlag ihn mal wieder runter Easy, easy Sag ich dir nur dazu Äh, doch nicht so easy Doch easy Habe ich noch in der Luft gefickt, habe ich ihn Okay, das war Das war mein altes Handy Habe ich gehört und dann dachte ich mir, das muss er als Nachrichten Upsala Das muss er als Nachrichtenton einstellen Seid ihr noch da? Ne Ah, wir wollen noch nicht mit dir reden Achso, wie immer eigentlich Tom Verständlich Meine Damen und Herren Das witzige ist, ich höre Geschrei Ey Tom, hast du jetzt eigentlich gewohnt? Nein, hab ich nicht Nein, das geht nicht mehr Äh Wieso hast du keinen? Du hast doch grad Ich kann mir das Goldchen nicht hinzaubern Flo Ja, das hab ich doch Nein, das hab ich zum Tobi gegeben Grund dich ja nicht an Doch, musst du riechen Ähm, da ist grün Okay, wir rennen zu grün, ja? Ja, ja, die wollte ich vorhin auch schon machen Ihr rennt zu grün, nicht zu gelb Oder Torben zu grün Tobi Mitte, ich gelb Ja, Tobi Mitte Das ist ne gute Idee Ja, okay, Tobi Hau ihn mal runter Hä, was macht ein Grün? Die sind glaube ich gerade mit sich selbst beschäftigt Bin auch ein Torben Jetzt kommen sie Alter, jetzt hast sie ihn nicht getötet Ist halt echt easy Töt ihn Tobi Fuck Mann, er hat mich gekriegt Ja, die gelben Ich hab auch ihn bekommen Ist natürlich wichtig Weil er hatte nen Stock Bist du ein Vollpfosten, Alter? Du musst mir auch schon sagen Ja, wen denn sonst? Ich hab ihn schon die ganze Zeit gesagt Die Orangenen Baut sich da einer hoch? Wenn ja, musst du ihn runterhauen, ne? Töte mal bitte die Orangenen Flur, das lohnt sich nicht Das sind drei volle Krypte und du hast kaum was Komm lieber in die Mitte Da liegen acht Gold Die hole ich mir Tobi, da kommt einer von Grün Ich nicht Kommt der durch? Ja Aber der hat nichts Geh weg, geh weg, geh weg Ich pass auf unsere Base auf Sondern wir können die Gelben nichts tun Ja, geh weg von Grün Ja, ich mach Gold Ja, dann gib mir die mal Also von Gelb, ähm Ich weiß nicht, ob der Ne, der Grüne rennt zu Gelb, alles klar Ähm, pass auf, du darfst auch nicht vergessen Können wir ihn abschließen? Nein, der rennt zu Gelb Ja, der ist Flo Ah ne, der kriegt mich nicht Ach man, lass ihn doch Tobi, gib mir mal das, äh, das Gold Da kommt schon wieder einer von Grün Da kommt einer von Grün Da kommt einer von Grün Nein, der hatte nichts Der wäre keine Unterstützung gewesen, mein Freund Aber ich Oh, der ist auch durch Ich bin jetzt gleich noch Ja, egal Lass ihn Der geht zu uns Okay, wie hat der mich denn Ja, geht der zu uns? Ey, Torben, bist du schon wieder verreckt? Nein Ich hab mich nur nicht richtig gequippt Aber jetzt hab ich einen Bogen Achso Du hast nicht zu viel Geld für mich? Willst du auch einen Bogen? Ja, ja Okay, ist kein Problem Äh, Leute, ich brauch hier langsam Unterstützung Bin ja mal Ja, wir kommen jetzt mit zwei Bögen Hier, bin ja mal spendabel heute Liegt hinter dir Ich will mir eben auch noch eine Waffe Eine Nahkampfwaffe holen Okay, nun bin ich bereit zu kämpfen Schön, dass ihr da seid Ey, Torben, hier Schuhe Ähm Ah ja, danke, Schuhe sind wichtig Damit man nicht in Scherben tritt So, Tobi, wir kommen Kein Problem Tobi? Ja Achso Äh, ich bin bei Gelb Also ich hab Gelb Okay, dann nehm ich Grün Oh nein Oh nein, das ist der Grüne Äh, ich werf nochmal vier Gold runter Flo, bleib mal da stehen Flori, komm mal zurück Ja, ja, ich hol mir eben hier das Gold Ja, da liegen nochmal Gold Dann kannst du mir bitte ne Eisenshirt mitbringen Und am besten noch die beste Chessplate Wenn's geht Okay, ich hab den Grünen vertrieben Also, wie gesagt, ich hab locker Geld Ist alles chillig, ne? Chillig Müssten wir irgendwann eins Sobald ich das hier geholt hab Ja, ich mach grade, ich mach grade Grün Ne, ich wollte sagen Rot Da oben ist ein Roter, ne? Wollte ich ja eigentlich holen Ja, ja, die wollte ich ja eigentlich holen Ja, ich mach grade Grün Da kommt der Tobi dir wohl zuvor, Flo Also ist zuvor gekommen Ja, so richtig Ninja-like Ich hab ihn da so sneaken gesehen So Tobi, dein Schwert und Dings liegt gleich hier Ähm Ich liebe es, wenn... Äh, Gelb könnte kommen Ich liebe es, wenn man nen Bogen hat und einfach Ich hab ihn nicht getroffen Doch, Herzlichen Oh fuck Oh man Meine Minecraft Fuck 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 Alter Was? Torben Alles gut, alles gut Äh, Flo, wo bist denn du? Ja, hier unten liegen deine Sachen Ja, der kam so angesneed Hier unten vor Äh Hinter der komischen Fahne Äh, hast du auch noch Blöcke für mich? Ich hab kaum noch welche und Essen Ja doch Essen hab ich Okay So, jetzt Dankeschön Das soll ich mit deinem Crap Wollen wir mal die Hälte machen? Ne, geh du mal zum Grün mit Tor Nein, 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 das krieg ich hin Gelb ist schwieriger Ich bin Profi Deswegen müssen wir das auch machen, Flo Hm Das war nicht witzig Da oben ist einer, da oben ist einer Ja, da oben sind welche Vorsicht Wer baut sich denn hier schon wieder hoch? Ja, der steht da oben Guck mal, da wo ich mein Pfeil hin schieße Ja, das ist der bewusst, wo der steht Okay Ich hab ihn einmal Ich hab ihn einmal Ich mach dich doch mal runter Alter Ja, sorry, dass ich keine Skills mehr hab Tobi Die werden gleich Gold Was? Ich hatte die beste Chance Okay, def einfach, def einfach Flo, Hilfe beim defen kurz Ja, hol mal eben Gold Ich mach das Ich leg dir Schwert und Rüsse in dickes Okay, ich hab den Grün Ja, oh, hier ist viel Gold Oh, nice Okay, jetzt machen wir die E's Das wird schön easy, Flo 20 Gold hab ich Chill Oh, da kommt der völlig kryptik Grün, ne? Lassen wir ihn mal kommen Vielleicht checkt ihr nicht, dass ich einen Bogen habe schon Wir haben da liegt Rüstung und Schwert Jo Ich bin jetzt hier fast bei Gelb am Bett Ja, ich glaub der Grüne hilft dir gleich Tobi Oder ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was der vorhat Ich hol mir mal ein Eisenschwert Ja, ja, kann ich einen Bogen haben noch? Ja, nimm dir aus der Kiste The Gold Auf 15 Tobi, der kommt Der Grüne, pass auf Ich weiß nicht, ob er dich töten will oder was er sonst vorhat Ja, ich bin runtergesprungen Ja Äh, will der mich jetzt kidden? Oh, ich hab ihn Nice Nice Mit ist weg, Gelb Ja Ich mach jetzt Grün Ich lass die Grünen und so erstmal kämpfen Ja, Torben, ich komm mit Dann schlachte ich ihn jetzt gleich Nein, warte noch mit dem Grünen Lass ihn noch mal kurz leben Also, Torben, ich brauch auf jeden Fall nur einen Kill Ich will nicht eine Nuller Karriere haben Ja, ich muss den leider töten Ja, ich muss den leider töten Ich hab die zwei eigentlich nicht, aber So, Grün ist auch Erstmal unequipped Ich bin tot Die hatten Schwerter, die haben Schwerter versteckt Also, äh Ich dachte, da wär nur ein Voll-Equipter Leute, ich weiß nicht mehr, ich krieg alleine ein ganzes Team weg Und ihr Alleine stimmt wohl Alleine stimmt gar nicht, Tobi Der Grün hat das Bett abgebaut hier Jawa, weil er mich gab Und Flo, bei dir hab ich die Vorarbeit gemacht Nachdem ich die ganze Zeit nur noch irgendwie durchkomme Leute, ich könnte Hilfe gebrauchen Ich komme Die kloppen mich grad tot Ich komme Ich dachte jetzt, du brauchst direkt unter mir weg Nice Flo, machst du gut Ja, Leute, ich bin tot, Alter Jungs Ich finde, du machst das gut, Flo Jungs, alte Herz Ah Ja, tschüss Flo, ne Ich renne, mach zu Bett Wie die Meute zu dritt auf dich drauf geht, ey Ist witzig Mann Tobi, du Arsch Ey, komm, lass mich auch noch einen, Tobi Nein Mann, Mann, ey Ich wollte einen Kill, ey Nein Ich hab ihn getroffen Oh, du Scheiße Ich hab ihn getroffen Ich hab eine Nullerichterte, ey Was soll das denn? Ekele Weißt du, ich hab... Oh Gott, ich hab in der Runde nichts gemacht Aber ich hab trotzdem gewonnen Das ist irgendwie komisch, das Ding Alter, ich hätte aufnehmen müssen Ich hab zwei ganze Teams vernichtet Nein, das ist nicht Hä, diesen Grünen hab ich vernichtet Ja Und, guck Und Team Grün hat das Bett von Team Gelb abgebaut Ich hab auch noch Rot vernichtet Und Rot hast du einen Typen getötet Nein Schon zwei Ah Wow Und du hattest hier Ja, du warst die ganze Zeit voll equipt hier So, Leute Äh, äh War ich tatsächlich nicht Freu dich, Tobi Doch, warst du Du hattest von Anfang an einen Bogen Doch, du warst der erste Wow Ja, das ist das Wichtigste Ich hatte sogar Eisenschwert Ja, am Ende Hä, hattest du doch auch So, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ja, das ist so eine positive Bewertung da Und schreibt in den Kommentaren, dass ich der Beste bin Schreibt, dass Tobi scheiße ist Ähm Schreibt, dass ich der Beste bin Und Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr mehr sehen wollt Wir sehen uns dann morgen wieder Bis dahin, haut da rein und Ich bin der Beste Tschöö Ich bin der Beste